Die besten Plastikboxen mit Deckel, eine Übersicht zweiter die Top 4 Plastikboxen mit Deckel für ihren Bedarf, dritter die perfekte Plastikbox mit Deckel für jeden Anlass, vierter die besten Plastikboxen mit Deckel auf dem Markt. Ich habe mir das Roto 4er Set Clear Box Lady Shoe 5 Liter Deckel QR-Code Appenbox 4 x 5 Liter Volumen LXBXH, 33 x 19 x 11 cm Transparentstapelbar Kunststoffplastik, PP, Aufbewahrungsbox, 4er Set Klein gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es ist sehr praktisch und einfach zu bedienen. Es ist auch sehr robust und langlebig. Die Boxen sind auch sehr schön und stilvoll. Sie sind auch sehr platzsparend und leicht zu verstauen. Ich kann es nur empfehlen, da es ein sehr nützliches Produkt ist. Ich liebe die Smart Store Aufbewahrungsbox mit Deckel. Die 10 transparenten und stapelbaren Plastikboxen sind aus BPA-freiem Kunststoff und Lebensmittelecht. Sie sind 21 x 17 x 11 cm groß und haben einen Clip-Verschluss. Ich finde es toll, dass sie stapelbar sind, so kann ich sie leicht verstauen und sie nehmen nicht viel Platz weg. Ich benutze sie, um meine Lebensmittel zu lagern und sie sind perfekt, um meine Küche aufgeräumt zu halten. Ich bin auch sehr beeindruckt von der 10 Jahre Garantie, die sie bieten. Ich kann sie jedem empfehlen, der nach einer guten Aufbewahrungslösung sucht. Ich habe mir vor kurzem die Iris Oyama 4er Set Aufbewahrungsboxen, 15 Liter, mit Clips, stapelbar, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Garage, Topbox TB15, transparent gekauft und bin begeistert. Sie sind sehr robust und die Clips machen es leicht, sie zu öffnen und zu schließen. Sie sind auch stapelbar, was sehr praktisch ist, wenn man mehr Platz sparen möchte. Ich benutze sie in meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer und Garage und sie sind perfekt für die Aufbewahrung meiner Gegenstände. Ich empfehle diese Boxen jedem, der mehr Platz und Ordnung in seinem Zuhause schaffen möchte. Ich habe mir die Kieper Aufbewahrungsboxen mit Air Control System, dreiteiliges Set, gekauft und bin sehr zufrieden. Die Boxen sind sehr stabil und die Air Control Systeme sorgen dafür, dass meine Lebensmittel länger frisch bleiben. Die Größe ist perfekt, um meine Lebensmittel zu organisieren und zu lagern. Die transparenten Boxen machen es mir einfach, die Lebensmittel zu finden, die ich brauche. Ich bin sehr glücklich mit meinem Kauf und kann die Kieper Aufbewahrungsboxen nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.